hallo freunde der sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten video ich wollte euch meine neuzugänge für den monat märz zeigen der märz ist zwar noch nicht beendet aber ich weiß dass jetzt eigentlich nichts neues mehr einziehen sollte einfach aufgrund dessen weil relativ viel hinzugekommen ist in der letzten zeit das sind zum einen rezensionsexemplare dann war ich aber auch noch in berlin und war da ziemlich viel shoppen das war aber auch so geplant weil die einfach so tolle buchläden dort haben ich habe ja zuvor bei instagram nach tipps von euch gefragt und da kam einiges zusammen und insgesamt habe ich dann glaube ich drei buchläden abgeklappert die allesamt richtig toll waren und ich habe auch in jedem einzelnen was gefunden ich habe euch dann ebenso bei instagram gefragt ob ihr das ganze sehen wolltet in form eines neu zugang videos oder neu zugänge videos und ihr habt da eigentlich einheitlich für ja gestimmt deswegen ist es jetzt hier auf meinem kanal ich möchte mich noch mal für die große teilnahme bei meinem gewinnspiel bedanken also wenn ihr dieses videos seht dann sollte das eigentlich schon beendet sein viele von euch haben ja auch fragen gestellt das heißt ein q&a video wird es in nächster zeit dann auch geben da werde ich mich bald dran machen und ja dann eure fragen beantworten das hat mich auf jeden fall sehr gefreut ich habe mir gedacht ich gehe jetzt so vor dass ich euch zuerst die rezensionsexemplare zeige eines ist noch nicht da das werde ich euch dann einfach hier oben irgendwo einblenden ich wollte jetzt nicht darauf warten das wird irgendwie im laufe der nächsten woche kommen beziehungsweise wenn ihr das video eben guckt wird es schon da sein aber ja jetzt habe ich gerade zeit zu filmen deswegen dachte ich ich blende es dann einfach oben ein das ist auch ein buch was ich euch schon vorgestellt habe das werdet ihr unter umständen gleich wieder erkennen und dann mache ich weiter nach den rezensionsexemplaren und mache mit euch so eine kleine buchladentour durch berlin weil ich habe auch ein paar fotos gemacht wie es das ungefähr aussieht beziehungsweise wie es von außen aussieht und dann werde ich euch sagen was ich wo gekauft habe ich glaube ich beginne zuerst mit dem rezensionsexemplar was noch nicht bei mir angekommen ist und zwar ist das von matthias politicki das kann uns keiner nehmen vom hoffmann und kampe verlag ich habe den verlag angeschrieben und gefragt ob ich es denn gerne haben könnte zum rezensieren weil es mich einfach total angesprochen hat ich habe euch das ja vorgestellt in meinem neu zugänge neu zugänge neu erscheinungs video für den monat märz und habe da auch gesagt dass das ein buch ist was mich wahnsinnig interessiert was ich super gerne lesen würde ich möchte aber noch ein paar rezensionen abwarten und dann habe ich bei instagram auch geguckt und lustigerweise kam es dann auch in meinem feed form eine der ich folge hat das ganze auch schon gelesen und sie war absolut begeistert von diesem buch hat es auch ganz schön in worte gefasst worum es darin geht und deswegen dachte ich ich muss es einfach haben ich würde es gerne rezensieren ich würde es euch gerne vorstellen und ja ich habe dann die positive rückmeldung bekommen dass sie es mir schicken also es sollte jetzt dann bald ankommen worum geht's noch mal zur erinnerung es geht hier um hans und charlie hans befindet sich am gipfel des kilimanscharo und er möchte bei dieser wanderung einfach wieder zurück zu sich selbst finden möchte die vergangenheit hinter sich lassen also einfach zur ruhe kehren sozusagen dann lernt er aber am fuße des gratis charlie kennen hans kommt aus hamburg charlie aus bayern also ist ein absoluter urbayer hat keinerlei benehmen spricht wie ihm der schnabel gewachsen ist würde man bei uns sagen und das merkt man auch ich habe als ich in berlin war in das buch rein gelesen und man hat wirklich einen sehr guten eindruck von den charakteren bekommen direkt zu beginn und man merkt schon dass sie sehr sehr unterschiedlich sind am anfang kommen sie wohl auch überhaupt nicht miteinander klar und hans denkt sich schon um gottes willen was ist das denn für ein mensch allerdings werden sie dann von einem unwetter überrascht und müssen zusammenhalten ab diesem zeitpunkt beginnen sie erst sich so richtig kennenzulernen mehr voneinander zu erfahren und sie merken beide dass sie mit dem leben noch eine rechnung offen haben es ist der beginn einer wundervollen freundschaft trotzdem muss man sagen dass in afrika immer der tod mit fährt zumindest steht es so hinten auf dem klappentext und es wird nur einer der beiden zurückkehren ich denke es wird eine sehr emotionale reise sein es wird zeigen dass menschen die sehr unterschiedlich sind trotzdem voneinander lernen können und sich trotzdem gegenseitig inspirierend finden können und ich finde es immer toll wenn zwei menschen aufeinander treffen die vielleicht so niemals was miteinander zu tun gehabt hätten einfach vom ersten eindruck hier man merkt ja schon dass hans eigentlich überhaupt nicht begeistert von ihm war und wahrscheinlich hätte er im normalen leben rein gar nichts mit ihm zu tun haben wollen aber durch die umstände kam es eben doch so und vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht und man sollte einen zweiten blick auf die menschen werfen und ihnen eine chance geben also ich bin super gespannt auf diese reise zum einen afrika das ist einfach ein kontinent der mich wahnsinnig interessiert also ich bin sehr gespannt wie auch die umgebung beschrieben wird aber ich bin auch gespannt auf die reise der protagonisten also sprich wie sie zueinander finden was sie zu erzählen haben ich glaube das könnte sehr sehr inspirierend sein ich freue mich unwahrscheinlich drauf und möchte mich natürlich auch noch mal beim verlag bedanken dass ich es zugeschickt bekomme ein weiteres rezensionsexemplar das ich euch ebenfalls in diesem neuerscheinungsvideo gezeigt habe ja müsste stimmen ist von tane heezy coates der wassertänzer ich lese euch hier noch mal den klappentext vor dies ist die geschichte von hier im walker einem jungen sklaven mit einer besonderen begabung der seiner gefangenschaft entkommt und sich auf die suche nach seinen verlorenen erinnerungen macht es ist die geschichte eines langen kampfes und freiheit und selbstbestimmung und es ist die geschichte einer großen liebe ja ich glaube seine mutter und die frau die er liebt spielen hier auch noch eine rolle zumindest hatte ich das bei der vorstellung gesagt da standen ja noch ein paar mehr worte bei emerson bei der beschreibung und die sprache soll hier ganz besonders sein ich habe nicht nur positives gehört also es gab auch ein paar leute die überhaupt nicht in dieses buch hinein gefunden haben gerade weil es so schwierig zu lesen ist beziehungsweise so eigen ist ich finde einfach die geschichte hört sich sehr vielversprechend an und ich glaube es ist einfach ein kampf um freiheit der hier beschrieben wird und ich bin gespannt welchen körperlichen und seelischen strapazen er sich ja aussetzen wird ich glaube die party hatte da auch schon rein gelesen und uns in ihrem vlog ein bisschen mitgenommen und ich glaube sie war von beginn nicht ganz so begeistert eben wegen der sprache aber gut vielleicht kommt man ja dann auch schnell rein nach einem gewissen punkt kann ich mir gut vorstellen dann ein rezensionsexemplar vom katmos verlag was mir eigentlich gar nicht ähnlich sieht der verlag hat mich angeschrieben gefragt ob ich das gerne rezensieren würde und ich habe mir dann die beschreibung durchgelesen es ist fantasy und dachte mir könnte das was für mich sein und ich bin dann zu dem schluss gekommen ich finde es sehr sehr interessant deswegen möchte ich dem ganzen eine chance geben und zwar ist das von matthias k zimmermann cryonium die experimente der erinnerung so sieht es aus ich lese euch mal den klappentext auch hier vor gefangen an einem unbekannten ort schmiedet der erzähler heimlich fluchtpläne die tatsache ohne erinnerungen zu sein erschweren das vorhaben doch der drang endlich auszubrechen aus diesem furchteinflößenden schneeverwobenen schloss lässt ihn jedes risiko eingehen und so gerät der erzähler immer tiefer hinein in einen würden strudel aus rätselhaften begegnungen und magischer paranoia die er spielerisch zu entschlüsseln hofft was ihn letztlich zum ursprung seiner erinnerungen führt der all age roman ist ein technisches märchen das sich mit virtualität auseinandersetzt und die frage aufwirft was erinnerungen sind und was sie bedeuten nichts ist so wie es scheint in der geschichte und die frage was realität ist muss immer wieder neu überdacht werden das habe ich deshalb gewählt weil mich das thema erinnerungen sehr interessiert vor allem in anbetracht der virtuellen welt also ich glaube schon dass die grenzen immer mehr verschwimmen zwischen realität und virtualität was ich überhaupt nicht toll finde und ich bin sehr gespannt was der autor hier in diesem buch daraus gemacht hat und warum die erinnerungen fehlen keine ahnung was mit ihm passiert ist ich glaube dass es einfach ein buch sein könnte was das aktuelle zeitgeschehen sage ich mal sehr gut aufgreifen könnte wenn es gut umgesetzt ist und da bin ich schon wirklich wirklich gespannt drauf gerade weil es halt auch ein genre ist in dem ich nicht viel lese und ich habe auch noch keinen klappentext in die richtung gelesen das heißt für mich ist es auf jeden fall absolutes neuland aber man soll ja auch immer über den tellerrand hinausschauen so und jetzt beginnen wir mal mit meiner berlin reise beziehungsweise noch nicht wirklich mit berlin weil ich war dann am kölner hauptbahnhof bin dann noch in die buchhandlung rein was es eigentlich gar nicht groß gebraucht hätte aber ich habe auf den zug gewartet hatte noch ausreichend zeit dann dachte ich naja man kann ja mal schauen beim schauen ist es nicht geblieben so viel schon mal vorab und ich bin da auf ein buch gestoßen dass mich einfach direkt angesprochen hat weil ich es nämlich noch im hinterkopf hatte ich hatte nämlich erst vor kurzem ein interview mit keanu reeves gesehen der auch wirklich tolles wie ich finde und er liest ja sehr viel und dann hat er dieses buch empfohlen ich weiß den englischen titel nicht mehr also ich kannte eigentlich nur den englischen den habe ich mittlerweile vergessen aber das cover war glaube ich so ziemlich dasselbe als ich dann mal online nachgeguckt habe beziehungsweise vielleicht bin ich da auf den deutschen titel gestoßen und dachte hey das musst du dir merken weil sich das richtig gut angehört hat und habe ich seine buchhandlung gesehen dann war einfach klar ich werde es sowieso früher oder später haben ich nehme es jetzt mit und fangen dann schon mal im zug an zu lesen es ist ausgezeichnet mit dem pulitzer preis für literatur 2019 und hier hinten stehen auch unterschiedliche zitate beispielsweise ein buch von ungeheurer sanftmut klugheit und schönheit mit der leuchtkraft und intelligenz seiner beschreibungskunst zieht dieser roman in den bann oder eine großartige homage an die bäume und noch ein kommentar richard powers hat ein romantisches requiem geschrieben eine begräbnis rede auf die menschheit aber vielleicht macht uns dieses buch ja endlich rebellisch lesen sie es und ich finde dass das bisher am meisten dieses buch zusammenfasst ich bin noch nicht sonderlich weit wie ihr sehen könnt auf seite 96 und ich sage euch ich liebe es und ich habe so so lange kein buch mehr gelesen dass mich vom ersten moment an so gepackt hat wie dieses also ich war im zug ich bin da drin absolut versunken dann hat mich eine frau angesprochen die eigentlich meine hilfe haben wollte da ging es um den komfort check in der bahn und so weiter und ich habe einfach nicht geantwortet weil ich nichts gehört habe ich war so in diesem buch drin ich hatte keine kopfhörer auf nichts das hat mich wirklich vollkommen für sich beansprucht sozusagen also ich war wie in einer anderen welt und man hat hier verschiedene kapitel beziehungsweise abschnitte man geht da die einzelnen etagen des baumes sozusagen durch den beginn markieren die wurzeln danach kommt der stamm die krone und dann die samen ich bin momentan noch bei den wurzeln und es werden einzelne familien geschichten erzählt und zum einen merkt man hier ganz klar die kontraste also sozusagen zum einen die natur zum anderen der technische fortschritt und das geht nicht so wirklich ganz miteinander einher die bäume spielen bei all diesen familien eine entscheidende rolle bei manchen sozusagen von der geburt an bei anderen ist es eher so dass sie mit bäumen zu beginn gar nichts anfangen konnten dann aber trotzdem die schönheit entdecken und sie bilden sozusagen auch den kreislauf des familienlebens mit ab was ich ganz ganz toll finde also es ist sozusagen immer eine parallelhandlung zwischen baum und familiengeschichte und diese sprache ist so so wunderschön also wirklich metaphorisch emotional auch was ganz ganz komisch ist weil es ist nicht mit großartig vielen gefühlen beschrieben tatsächlich aber es ist eine sprache die direkt ins herz geht wirklich also ich habe schon zu beginn ich glaube ich habe die ersten zehn seiten gelesen oder so beziehungsweise die erste familiengeschichte fand ich mit am schlimmsten in anführungszeichen da habe ich direkt geheult weil es so eine ganz eigenartig besondere schönheit ist der hier abbildet und also wirklich ich finde viele bücher gut direkt zu beginn auch und vor allem wenn ich dann weiterlese bin ich immer begeisterter ihr wisst das ja auch das sage ich euch auch immer aber das ist eine ganz andere liga nochmal eine ganz andere liga wenn das weiter so geht ich möchte nicht zu viel versprechen weil ich wirklich noch zu beginn dieses buches bin aber es könnte tatsächlich unter umständen mein lieblingsbuch ablösen weil das letzte mal dass ich dieses gefühl beim lesen hatte war wirklich bei meinem absoluten lieblingsbuch und welches das ist werdet ihr bald in meinem q&a video erfahren aber ja dieses gefühl beim lesen hatte ich wirklich schon ewig nicht mehr lest mal rein macht euch einen eindruck von diesem schreibstil weil vielleicht ist es auch nicht jedermanns sache schon sehr eigen ich finde ihn aber toll und beim lesemonat beim nächsten werde ich euch dann wahrscheinlich ausführlicher darüber berichten können ich bin sehr verliebt in dieses buch dann war ich bei einem buchladen der sich wie ocelot nennt er wurde auf einer liste aufgeführt der besonderen buchläden in berlin und da musste ich da auf jeden fall vorbeischauen und das ist wirklich richtig toll von außen sieht er schon mal super hübsch aus und man hat dann direkt auf der linken seite neben dem eingang so eine kleine sitz garnitur sozusagen und dort kann man dann auch kaffee bestellen tee was auch immer man möchte und weil der buchladen relativ klein ist im vergleich zum rest wo ich war bzw einer war auch noch recht klein kann man da wirklich ganz gemütlich durchschlendern und in ruhe seine zeit verbringen lesen also es war wirklich super gemütlich und sie haben schon auch sehr sehr besondere bücher die ich so noch nie gesehen habe ich hatte zum beispiel auch ein buch in der hand über schottland und das stammte aus den 1930er jahren von einem doch recht bekannten schriftsteller glaube ich und er hat die gesamte szenerie in schottland damals beschrieben ich habe dann auch rein gelesen mir war es dann ein bisschen zu teuer weil es so ein ganz kleines dünnes büchlein war und das hat dann irgendwie auch knapp 20 euro gekostet oder so aber ich fand das toll weil ich sowas in buchhandlungen sonst wirklich noch nie gesehen habe es war schon ganz besonders da waren einige tolle ausgaben dabei ich habe mich dann wiederum für ein buch dort entschieden was glaubt nicht zu diesen besonderen gehörte weil das hatte ich auch schon öfter in anderen buchhandlungen gesehen aber es hat mich sehr sehr angesprochen und zwar von rainer winn der salzpfad das ist sozusagen reiseliteratur die sunday times schreibt eine wahre geschichte über den triumph der hoffnung über die verzweiflung und den sieg der liebe über alles andere alles was rainer und moss noch besitzen passt in einen rucksack mit einem kleinen zelt machen sie sich auf den gesamten southwest coast path englands bekanntesten küstenweg zu wandern mit einem mal ist ihr zuhause immer nur dort wo sie gerade sind sie begegnen vorurteilen und ablehnung doch zugleich entdecken sie das glück ihrer liebe und landen kraft aus der natur zu schöpfen allen widrigkeiten zum trotz öffnet ihr mehrmonatiger trip die tür zu einer neuen zukunft hört sich eben total nach meinem geschmack an ihr wisst ja ich liebe reiseliteratur ich lese das super gerne zwischendurch zuletzt hatte ich das neue buch von gesa neitzel gelesen the wonderful wild es war ja auch ein absolutes highlight für mich und gerade hier erhoffe ich mir auch wieder eine inspirierende reise weil ich finde es gehört schon wahnsinnig viel mut dazu alles zurückzulassen sich vom materiellen zu verabschieden und einfach nur im hier und jetzt zu leben deswegen ja durfte dieses buch auch noch mit und der nächste buchladen den ich besucht habe war ein tipp von der lieben melanie von melanie liest es ist glaube ich eine kette in berlin also es sollte ihnen zwei oder drei mal geben weil ich war dann auch etwas verwirrt als ich danach gesucht habe bei google maps da wurden mir gleich mehrere vorgeschlagen ich war bei dem auf der reinhardtstraße und das ist ein super laden wenn man auf der suche nach mängelexemplaren ist sie sind super günstig zur hälfte des preises meist und in einem top zustand es gibt da auch ein paar neue erscheinungen das sind aber eher wenige bücher sage ich mal da dominieren auf jeden fall die mängelexemplare und ich habe mich dann durchgewühlt da braucht man ein bisschen zeit es ist grob nach verlag geordnet wobei es dann auch manchmal ja diese bereiche gibt mit verschiedenen verlagen also man muss sich daran schon extrem durchwühlen um dort etwas zu finden ich glaube ich hatte dann insgesamt drei bücher in der hand eines war von sergio bamban von ihm habe ich ja schon in meinem letzten lesemonatsvideo geschwärmt das habe ich dann aber nicht mitgenommen weil seine bücher möchte ich tatsächlich neu im regal haben und auch alle im hardcover format und dann hatte ich noch ein anderes das weiß ich jetzt gar nicht mehr welches das war ach ja ich glaube der elefant von martin suter ist das richtig da bin ich auch schon so oft rumgelaufen und ich habe es dann aber trotzdem wieder liegen lassen weil ich wollte nicht ganz ausarten was ich aber mitgenommen habe ist auch ein buch was ich mir auf die wunschliste gepackt habe vor ganz ganz langer zeit und ich habe es ewig nicht mehr gesehen ewig nichts mehr davon gehört jetzt aber halt wieder und dann dachte ich jetzt greife ich zu hat sechs euro gekostet also die hälfte des normalpreises habe habe ich von helen mcdonald schon als kind beschloss helen mcdonald falknerin zu werden ihr vater unterstützte sie in dieser ungewöhnlichen leidenschaft er lehrte sie geduld und selbstvertrauen und blieb eine wichtige bezugsperson in ihrem leben als er stirbt setzt sich ein gedanke in hellens kopf fest sie muss ihren eigenen habicht abrichten sie ersteht einen der beeindruckenden vögel ein habicht weibchen dass sie auf den namen mabel tauft und begibt sich auf die abenteuerliche reise das wilde tier zu sehen ja hier aus der begründung der jury des costa award für das beste buch des jahres 2014 ein zitat ein einzigartiges und wunderschönes buch von geradezu schmerzhafter emotionaler aufrichtigkeit ihr wisst ich liebe tiere ich liebe bücher die sich um den umgang mit tieren drehen und gerade in dem zusammenhang finde ich auch sehr spannend weil ihr vater auch involviert ist weil er ihr zeigt wie sie mit den vögeln umgehen soll bzw welche eigenschaften sie braucht mit welchen charakterzügen sie sozusagen weiterkommt bei den tieren und ich glaube dass das einfach eine wahnsinnig schöne begegnung zwischen mensch und tier ist die sehr viel geduld sehr viel aufeinander eingehen sehr viel respekt erfordert und ich habe schon rein gelesen und fand das einfach von der schreibweise und von der darstellung ihrer erlebnisse richtig richtig ansprechend und toll und ich glaube ich bin mir eigentlich fast sicher dass es mir gefallen könnte gerade weil ich eben rein gelesen habe und ich es direkt toll fand wenn ihr es schon gelesen habt schreibt mal gerne in die kommentare was euer eindruck von diesem buch ist das würde mich super interessieren weil ich glaube es geht jetzt einfach gar nicht auch darum ob man jetzt greifvögel mag oder nicht nur das wäre viel zu platt gesprochen sage ich mal das ist schon wieder ein buch was glaube ich wie tiefgehender geht und auch der homage an die tierwelt sein könnte und zuletzt bzw ich bin nicht chronologisch vorgegangen weil dort war ich zuerst war ich im kulturkaufhaus dusmann habe ich dann auch eine dieser bekannten tüten mitgenommen und ihr glaubt gar nicht wie groß dort die auswahl ist die hatten sogar wirklich ein abteil mit true crime und da habe ich ein buch gefunden was die liebe party vor kurzem vorgestellt hat in ihrem video und zwar von stefan harbert wenn kinder töten wahre verbrechen deutschlands bekanntester serienmordexperte klärt auf ich bin richtig gespannt darauf weil es natürlich toll ist die hintergründe zu erfahren von echten morden gerade wenn kinder töten kinder sind ja etwas ja für uns eher reines man bringt das überhaupt nicht mit morden in verbindung und man fragt sich das leser natürlich schon beziehungsweise als mensch wie es dazu kommen kann dass kinder diesen schritt gehen und deswegen bin ich hier natürlich auch super gespannt was es für mich bereithält ja und ich habe auch schon rein gelesen und da geht es direkt zur sache sagen wir mal so also ich glaube es wird ziemlich schockierend sein ich denke aber eigentlich zum jetzigen zeitpunkt noch dass ich damit recht gut umgehen kann hoffentlich und freue mich schon sehr darauf es zu lesen vielleicht mache ich das noch im märz weil es ist ja auch nicht allzu dick und ich bin sehr begeistert wirklich vom kulturkaufhaus dusmann weil die haben zu jedem genre einen riesen bereich ihr könnt euch nicht vorstellen wie groß es da drin ist sogar historische romane haben da ihren eigenen bereich der wirklich riesig ist mit ganz vielen regalen man findet dort alles super toll und dann ist es auch noch schön angelegt also ich weiß auch gar nicht wie viele stockwerke das sind bestimmt so vier mindestens und dann gibt es auch noch einen riesigen raum nur für englischsprachige literatur der war auch toll da habe ich mich direkt hingesetzt auf so einen sessel kann man dann auch raus auf die straße schauen während des lesens das war top da will ich auf jeden fall wieder hin wenn ich in berlin bin und dann noch ein buch das habe ich gesehen in köln schon und es hat direkt meine aufmerksamkeit auf sich gezogen sozusagen erscheint eigentlich erst am 16 märz aber es ist jetzt schon in den buchhandlungen erhältlich gewesen miracle creek von angie kim ein leuchtendes buch welche opfer bringen wir für die die wir lieben sagt das time magazine in der kleinstadt miracle creek geht eine scheune in flammen auf zwei menschen sterben kid die eine familie mit fünf kindern zurücklässt und henry ein achtjähriger autistischer junge im prozess wegen brandstiftung und mord sitzt schließlich henrys mutter elizabeth auf der anklagebank die beweise gegen sie sind erdrückend hat sie ihren eigenen sohn getötet während ihre freunde verwandten und bekannten gegen sie aussagen entspinnt sich ein undurchdringliches netz aus geheimnissen verletzungen und verrat und es wird klar in miracle creek hat jeder etwas zu verbergen habe ich auch schon rein gelesen hatte mich eigentlich auch direkt von anfang an weil ich den schreibstil richtig toll fand und weil es hier auch um eine besondere therapie form geht namens hyperbare oxygenierung von der ich noch nie was gehört habe ich bin sehr gespannt was es mit diesem buch auf sich hat ich finde das cover auch wunder wunderschön also deswegen bin ich auch direkt auf dieses buch zugesteuert muss ich ehrlich zugeben und gerade wenn es viel um geheimnisse verletzungen und verrat geht das finde ich immer spannend und deshalb habe ich es mitgenommen da freue ich mich auch schon sehr darauf es zu lesen das waren die bücher die neu bei mir eingezogen sind rezensionsexemplare und dann die die ich jetzt eben in berlin gekauft habe ich bin sehr begeistert von dieser auswahl ist auch einiges unterschiedliches dabei und ja wie gesagt wenn ihr eines davon gelesen habt sagt gerne mal bescheid wie ihr es fandet und ich hoffe euch hat diese kleine buchladen reise nach berlin spaß gemacht ich werde wahrscheinlich in zukunft dann auch nicht allzu häufig neuzugänge videos drehen weil sich das meistens nicht so ganz rentiert diesen monat war aber relativ viel los deswegen dachte ich es bietet sich an und ich sage bis zum nächsten video macht es gut und einen schönen tag oder abend euch je nachdem wann ihr das video schaut bis bald tschüss